Das Ahrenberg-Nordkirchener Pony war eine Pony-Rasse aus dem Münsterland. Geschichte 1903 verkaufte Gräfin Paula von Esther Hasi die Nordkirchener Güter an Herzog Engelbert von Ahrenberg. Der 1923 in der Nordkirchener Wildbahn eine halbwilde Zucht begann ähnlich der in Dülm. Er begann die Zucht mit Panierstuten aus Osteuropa und Dülmener Hengsten. Der Gesamtbestand umfasste etwa 80 Tiere. 1968 wurde die Herde an Herrn Nordmann verkauft, der die Zucht weiter betrieb, nun aber auch Weltspony-Hengste der Sektion B einkreuzte. 1984 wurde der Bestand aufgelöst und die Tiere an neue Besitzer vornehmlich in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein verkauft. Die Zuchtrasse als solche nahm damit ein Ende und gingen verschiedenen Reitpony-Zuchten auf. Die Rasse ist mit wenigen verbliebenen Exemplaren akut vom Aussterben bedroht. Untertitelung des Zucht